Freunde der Sonne, JRG 77 ist mein Kanal, 7hater.com ist meine Website und heute werden wir mal eine gemütliche Radtour zur Enzian Hütte machen, um uns dann dort den hoffentlich verdienten Kaiserschmarrn zu gönnen. Viel Spaß bei dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. So, wieder zu Hause angekommen. Eine wunderbare Tour bei Besson. Der Kaiserschmarrn war auch ganz in Ordnung, aber nicht zu vergleichen mit dem in Südtirol. Das war's für heute. Wir sehen uns bei der nächsten Tour. Tour.